16 gestartet, 17 am Start bereit. Bei uns kommen nur diejenigen rein, die es wirklich wollen. Das ist eine Lebensentscheidung. Fünf. Ich sehe nicht zu, wie du dein Leben für den Scheiß Sport aufs Spiel setzt. Das schaffe ich nicht. Ich nochmal. Du schenkst es einfach nicht. Das ist mein Leben. Sagt Hallo zu euren Kameraden. Ihr seid der neue Jager. Wir kriegen keine Geldgeber, weil die Leute sagen, wir sind eine Folterkammer, die die Kinder in den Tod treibt. Der Tod hat weder mit mir noch mit der Schule was zu tun. Schüler zu was zwingen, das geht überhaupt nicht. Du regst dich über mich auf. Aber bis jetzt hast du auch eine heiße Luft liefert. Ich wollte das gar nicht. Ich weiß 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 nicht.